Oh, dass sie da immer so mega langsam durchgeht, was ich nicht schneller machen kann. Oh, jetzt kommen sie Wöse wieder. Wölfe. Ja, ich nehme sie mal an. Sie sind scheinbar aber auch keine Totums mehr. Was ist denn? Achso, da müssen wir ja hin. Aber wir sind doch da und da könnte doch vielleicht noch was sein. Achso. 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 Mach mal nicht. Wir haben ja mal eine Kiste. Sehr gut. Oh, noch eine Kiste. War doch gut, dass wir noch mal hier lang gelaufen sind. Kein Toter. Meine Henkels. Kiste. Wittmann ist so eine Drama Queen. Ich kann nicht glauben, dass der Hiss-Fit war während der Filler-Shoot. Ich meine, das ist seine Arbeit, richtig? Es ist nicht so, dass er etwas an der aktuellen Recherche von dieser Expedition gibt. Once wir finden Yamatai und die Kameras sind, er wird ruhig sein. Er könnte total ein Schmerz in der Arsch, aber er weiß, wie wir eine Szene arbeiten können. Ich muss nur meine Arbeit machen und behalten, meine Liebe. Ich werde mal wieder auf Deutsch umstellen, weil die Schrift ist mir zu klein. Nein, das kann ich nicht lesen. Ähm. Ach Quatsch, wo war das denn? Nee. Ähm. Sind sie auch unter Audio? Sag mal, hab ich denn doof? Nein. Ach, ich glaub, das muss ich vorm Spiel auswählen. Ähm. Mal eben zum Hauptmenü. Ich glaube, das muss ich nicht. Ich hoffe, man hat jetzt irgendwo gespeichert und muss wieder alles einsammeln. Ich befürchte, ich muss wieder alles einsammeln. Ich befürchte, ich werde 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 alles einsammeln. Ich befürchte, ich befürchte, ich werde alles einsammeln. Das war, glaube ich, das Tagebuch. Naja. Die sind faszinierend. Ich habe das schon mal gesehen. Sie müssen rituell sein. Dieses Frauenabbild hier ist besonders interessant. Das ist erst vor kurzem gemacht worden. Das waren die Inselbewohner. Den Bracks zufolge sind sie genau wie wir Überlebende. Bemerkenswert. Na, hoffentlich werden wir nicht auch Mörder wie Sie. Versuch's mit dem anderen. Hier fehlt der Griff. Zusammen. Scheiße. Sie hält leider nicht. Ich werde nach was Stärkerem suchen. Vielleicht liegt hier was Nützliches. Unglaublich. Die Axt wieder hinkriegt. Die Axt wieder. Wo kann man denn da oben? Gar nicht. Schatz, bitte, denk nach, bevor du die Papiere einreichst. Ich habe mein letztes Geld in diese Expedition gesteckt, aber ich werde das Zehnfache rausholen. Wenn du dich jetzt scheiden lässt, siehst du davon keinen Cent. Du bist bei mir, seit ich noch ein Niemand war. Du weißt, wie viel ich erreichen kann. Und das kann ich immer noch. Ich bin nur gerade an einem Tieffunkt, verstehst du? Ich bin hier an etwas dran. Lara, erinnerst du dich? Mein junger Schützling. Sie hat Daten, die ihre Theorien stützen, aber ihr fehlt meine Intelligenz. Die Entdeckung wird meinen Namen tragen. Und es wird mein Gesicht vor den Kameras sein. Wenn alles klappt, wird das ein Riesending. Wenn du mich dann verlassen willst, werde ich zustimmen, versprochen. Aber bitte, warte noch. Jetzt würde diese Schlagzeile meinem Image zu sehr schaden. Bitte. Seltsam. Seltsam. Ich brauche was Stabileres. Da war doch nichts eingeschaltet, oder? Ach doch. Hoch. Gut. Was kann man noch? Okay, das haben wir. Das kann man aber auch. Nichts. Möp. Warum denn nicht? Können wir den Bogen nicht verstärken. Ah, geht doch. Oh, 52. Verstärkte Wurfarme. Wer Zugversorgung erschadet. Gewickelte Sehne, die eine höhere Schussfrequenz ermöglicht. Gibt noch. Kann man da so sehen. Warum kann man denn da keine Vorschau sehen? Das gibt es ja noch Piloten. Piloten, Errelierer, Werksteller, Ingenieuren, Meisterschütze. Gucken wir uns später mal an. Ne, da haben wir ja dann nur noch den Bogen. Was machen wir denn? Mehr Schaden. Oder höhere Schussfrequenz. Ja. Okay. Nichts. Vielen Dank.